Oh, die freut sich so. Na, Eva? Die ist so menschenbezogen. Oh, ich hab mich jetzt auch. Ah, spielst du schön mit dem Ermis. Du kannst du schön mit dem Ermis spielen. Er will ja nicht mit dir spielen. So eine verschusste Maus. Aktiv und verschusste. Ah, sie ist wirklich lebendig? Ja, ja. Komm, die muss auch schön so gepowert werden. Hundesport, sagen wir mal. Hundesport. Jetzt geh noch mal zur Bianca hin. Ruf sie mal. Komm mal her, süße. Oh, auf dem Schoß, ich hab's gesehen. Hast du es noch gemacht? Ja, ja. Haben wir doch genau gesehen. Du wirst nie erwachsen, Mädchen. Du bleibst immer das Kind. Kleines verrücktes. Ja, den Ermis. Ja, den Ermis. Ja, schau, dann wird es dem Ermis zu viel. Ja, der Ermis ist aber kein Schoßhund. Du bist kein Schoßhund. Ja. Ja.